Ich finde das auch richtig toll in dem Spiel, dass das alles in diesen Comics erzählt wird. Ja, ist ganz toll. Ist das mit Paul? Ja, gut. Dann... Mr. Ronan? Hallo. Es ist so lange her. Ja? Ich nehme an, Sie möchten an Ihren Schließfach. Äh, wenn nicht. Dürfte ich Ihren Schlüssel haben, bitte? Ja, gern. Hm, folgen Sie mir, bitte. Okay, okay, ich kann nicht über den Krisen. Warum? Wie Sie feststellen können, haben wir unser Sicherheitssystem verbessert. Heutzutage kann man nicht vorsichtig genug sein, nicht wahr? Ja, schluchtel. Ähm, sonst knallt es ab. Oh, ich kann zuschlagen. Hallo James, Mr. Rowland möchte an sein Schließfach. Guten Tag, Mr. Rowland. Es befindet sich immer noch am Ende des Saals. Okay. Ich halte die große Eisentür auf. Okay, jetzt können wir laufen. Rufen Sie mich, wenn Sie hinaus möchten. Nö. Ich will auf die Tische. Ich will auf die Tische. Okay, dann eben nicht. Na, ganz hinten hat er gesagt. Wo denn? Hier, nein. Hier. Ah, unser Ziel ist in einem weißen Kasten. So, und öffnen. Wuh, 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 wuh. Der Timer. Ah. So. Wie gesagt, ich kann mich in Kalle. Wir haben angebissen. Schau dir die Beweise an. 20 würde töten, um sie in die Hände zu bekommen. Wir werden sie alle drankriegen. Von Nummer 20 bis Nummer 1. Und der Einsatz auf diesem seltsamen Boot? Geheim was? Ist das wieder eine Idee von dieser Frau? An deiner Stelle wäre ich vorsichtig. Sie macht nur Ärger. Los, mach die Bombe scharf. Okay, also es ist doch meine Boot oder was? Hier gemacht, fertig. Jetzt wollen wir laufen, laufen. Schnell, schnell. Komm, hier ist raus. Die Nächste. Was ist los? Oh, okay, dann fliehen. Meine Schuld, fliehen. Lecker. Lecker. Ach, das ist hier. Ich bin in meinem eigenen Fall getackt. Ja, so sieht es aus, Mr. Rowland. So sieht es aus. War niemand so dumm wie sie, ne? Oh. Lüftungsschacht. Das darf in keinem Ego-Shooter fehlen. Oh, oh. Ah, okay, so. Tod geschlagen. Es ist ja auch, hier konnte man viele Dinge als Waffe benutzen. Ah, ah, ah. Ah. Ach so, ja genau, das war ja. Boom. Ach, ja, okay. Ähm. Das ist ja auch, hier konnte man viele Dinge als Waffe benutzen. Wow. Boom. Hihihi. Deine Waffe. Danke. Hä? Nein. Boom. Deine Waffe. Ich glaube, der kommt jetzt da durch. Tap, tap, tap. Puh. Ist jetzt die Frage, ob der da hinten noch ist. Ja, Mädchen. Ach, noch nicht. Nehme ich mal das Ding und... Ne, ist nicht da. Geld. Irgendwie ein Stuhl. Stühle sind cooler. Wow. Jetzt komm. Da ist noch einer. Hihi. Da bist du. Ach, sagst du gleich. Medikit genommen. Ups, aus Versehen eigentlich. Naja. Äh, nein, eigentlich wollte ich. Ducken. Kapord. So. Zack. Ähm, Checkpoint erreicht. Super, dieser verfluchte Alarm. Wenn der Kerl eine Geisel nehmen würde, könnten wir dieses Misting auch... Oh mein Gott. Zack. Ich hab eine Geisel genommen. Danke für die, äh, Info, dass ich das machen soll. So, okay. Ich hab eine Geisel hier. Schnau sie ab. So zur Info, ne? Um die Geisel freizulassen, drücken sie Aktion. Zack. Wah. Ich glaube, das war falsch. Ich hätte sie noch ein bisschen beiten sollen. 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 Zack. Alter Schwede. Vorne mich die Waffe, würde ich dafür ja nicht töten. Warum nicht? Wack, wack, wack. Es sind mehr Verwand, auf die Stattung. Hey, du, Schnellfall, weg mit der Waffe! Andere Eindringlinge. Nein. Ha. Ich hab mich zwar schon vorher angeschossen, aber... Es ist ja erst, nachdem er den getötet hat, gestorben. Lusia. So dumm. Scheißspiel. Ähm, hier war das doch irgendwas... Ja, genau. Oh mein Gott. Ich hab einen Shotgun. Huah. Huah. Ich glaube, das ist ein bisschen zu höchst. Boom. Hotshot. So, äh. Hehehe. Hi. Stirb. Hier raus. Was? Polizei? Scheiße. Ehe, der Wunder. Na. FBI! Ein Arme. Steve Rowland. Ich verhafte Sie wegen Moldis an William Sheridan. Warum nur? Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie von Nudeln sagen kann, furchtlich gegen Sie. Wir haben das Recht. Steve Rowland. Was nützt der beste Anwalt, wenn man sich an nichts erinnern kann. Secret Office of the FBI. Schön erzählt in den Comics. Ja, ja. Ein Bild. Okay. Okay. In Ihrer Aussage haben Sie behauptet, dass Sie sich nicht wie ein Killer fühlen. Rührend. Aber Sie werden verstehen, dass ich mich nicht mit Gefühlen zufrieden geben kann. Für mich zählen Beweise. Und die sind erdrückend. Nein. Emery, die Bilder bitte. Nein. Nicht, nein. Ich guck nicht, nein. Schauen Sie sich dieses Foto an. Sehen Sie den Einschlag am Hinterkopf? Wo ist die Kugel Ihrer Meinung nach hergekommen? Guck mal rechts. Blöd. Dieses Gebäude dort. Sehen Sie? Es liegt genau in der Schusslinie. Und wen haben wir hier? Sieht so aus wie in Küber. Muss ich erst einen Spiegel besorgen? Oder wollen Sie endlich die Tat gestehen? Drehst. Regen Scott, auf Leitung 1. Also, wo ist die Akte? Schlechte Nachrichten, Colonel Amos. Steve Rowlands Militärakte ist aus dem Pentagon verschwunden. Die Jungs dort bestätigen, dass ihr Mann vor zwei Jahren auf einer Mission in Mexiko getötet wurde. Da war ich bedroht. Nun, dann haben wir eine kleine Überraschung für seine Witwe. Ich war heiratet? Aber bevor wir Ihre Auferstehung bekannt geben, Käpt'n Roller... Was? Was zum Teufel geht hier vor? Boom. FWA-Hopzentrale... ...explodiert. Hm?